Im Hintergrund sehen Sie das ehemalige Detmolder Zuchthaus. In diesem Haus wurde 1800 Christian Dietrich Grabbe geboren. Sein Vater war der damalige Zuchthausmeister. Und Christian Dietrich ist hier in diesem Haus groß geworden. Er besuchte in Detmold das Leopoldinum und er war nicht dumm und bekam von der Fürstin Pauline ein Stipendium für das Jurastudium. Also, wenn man sich mit Detmoldern unterhält, die erste Reaktion ist dann immer, ach, der Grabbe, dieser alte Trunkenbold. Aber wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, dann stellt man fest, es war ein armer Mensch, dem wir dort begegnen. Denn Christian Dietrich Grabbe hat Zeit seines Lebens mit dem Alkohol zu kämpfen gehabt. Die Gründe sind vielleicht vielfältig. Aber sein großer Wunsch war immer, ins Schauspielfach zu wechseln. Und da hat er alles dran gesetzt. Aber das Jurastudium hat er letztendlich abgeschlossen und er kam zurück nach Detmold. Hier in Detmold hat er dann geheiratet. Seine Frau, die Luise Christiane Klostermayer, war zehn Jahre älter als er. Das hatte aber verschiedene Gründe und das möchte ich Ihnen dann bei der Stadtführung erklären, warum das so war, warum die beiden geheiratet haben. Auf jeden Fall schwerkrank kam er später nach Detmold zurück und verstarb in einem Haus unter der Wehme.